Schiedsrichterskandal in der türkischen Super League. Gestern Abend beim Spiel zwischen Ankara und Rize hat es ein sehr, sehr erschütterndes und trauriges Ereignis gegeben. Der türkische FIFA-Schiedsrichter Halil Umut Meller, der unter anderem zu den besten Schiedsrichtern der Türkei zählt, wurde vom Präsidenten von Ankara zusammengeschlagen. Ganz kurz zusammengefasst, damit ihr auch mal den Kontext zu dieser Thematik versteht. Ankara hat zu Hause gegen Rize gespielt, war 1 zu 0 in Führung. In der 50. Minute hat dann der Stürmer Aliso, Top-Stürmer von Ankara, die zweite Gelbe kassiert, die ehrlich gesagt auch eine fette Fehlentscheidung war. Das sei mal aber dahingestellt. Nur einfach für euch, damit ihr den Kontext versteht. Und in der 97. hat dann Rize Sport, also der Gast, ausgeglichen und dementsprechend waren dann die Gemüter ein bisschen erhitzt. Nach Abpfiff ist nämlich der Präsident von Ankara, Faruk Koja, mit seinen Leuten, sage ich jetzt mal, auf den Platz gestürmt und hat, Freunde, ihr könnt es in diesem Bild sehen, den Schiedsrichter eine Faust unter die Schläfe verpasst und als Halil Umut Mellar zu Boden gefallen ist. Und das ist das eigentlich Schlimme, finde ich. Auf ihn wurde eingetreten und der nächst schlimmere Schritt wäre dann wirklich versuchter Totschlag. Die ganze türkische Liga, das ganze türkische Volk ist bis auf die Knochen blamiert worden. Von einem Mann. Von einer Person, beziehungsweise von dieser Gruppe, das war ja nicht nur er. Wie gesagt, auf ihn wurde noch von seinen Leuten, als er am Boden lag, auf ihn eingetreten, was für mich wirklich, also nicht in Worte zu fassen ist. Ja, es ist wirklich sprachlos. Und ja, was passiert jetzt? Die ganze Türkei solidarisiert sich natürlich mit Halil Umut Mellar. Selbst der türkische Staatspräsident Erdogan hat sich zu Wort gemeldet. Er meinte, Sport bedeutet Frieden und Brüderlichkeit und Gewalt ist unvereinbar. Und wir werden niemals zulassen, dass es im türkischen Sport zu Gewalt kommt. Diese Gewalttat hat natürlich auch Auswirkungen gehabt. Halil Umut Mellar ist im Krankenhaus. Ihm geht es natürlich gut. Den Umständen entsprechen, sagen wir mal. Und der Ankara-Präsident, der Täter in diesem Fall, Faruk Hoca, befindet sich auch im Krankenhaus, weil ein Verdacht auf Herzinfarkt besteht. Er ist natürlich begleitet oder im Schutz der Polizei. Und er wird danach auch inhaftiert werden. Also 24 Stunden muss er jetzt im Krankenhaus bleiben. Und danach wird er zu 100 Prozent eigentlich. Also ist ja selbstverständlich, wird er verhaftet. Der Präsident von Ankara hat sich auch zu Wort gemeldet aus dem Krankenhaus. Er meinte, er hat schwarz gesehen und kann sich an nichts mehr erinnern. Ich glaube ihm sogar, dass er die Tat auf Schlimmste bereut. Aber dass er sich nicht daran erinnern könnte. Ja, das ist halt diese typische Aussage. Er soll sich einfach entschuldigen. Das hat er nicht gesagt, ja. Der Präsident des türkischen Fußballverbandes, Mehmet Bügeksche, hat sich auch nochmal zu Wort gemeldet. Er meinte, dieser Angriff wurde nicht nur auf einen FIFA-Chiri ausgeübt, sondern auf den ganzen türkischen Fußball. Und er hat auch sehr scharf die ganzen Medien kritisiert. Die ganzen Trainer, Spieler, Manager, die sich seit Wochen, Monaten, Jahren gegen die Chiris hier eine Hetzkampagne starten. Und die immer beschuldigen, dass sie etwas mit Absicht machen und dass sie schlecht pfeifen und böse Absichten einfach unterstellen. Und er meint, diese Personen sind genauso daran schuld, dass es jetzt so weit gekommen ist. Vielleicht sollte das auch uns als Fans als Weckruf dienen, einfach mal zu überlegen. Vielleicht sind wir auch ein bisschen, also vielleicht haben wir auch eine Teilschuld. Was waren denn die Ursachen? Also das können wir auch direkt klären. Was sind denn die Ursachen? Wir sitzen hier jeden Montag und analysieren den türkischen Spieltag, die Super League. Und es vergeht keine Analyse, wo wir nicht über die Schiedsrichter diskutieren müssen. Es ist ein Fakt, dass die Leistungen der Schiedsrichter in der Türkei bodenlos sind. Das ist ein Fakt. Und es ist auch des Öfteren schon in kürzester Zeit jetzt geschehen, dass sich Schiedsrichter in der Türkei nach einem schlechten Spiel zurückgezogen haben, ihre Karriere beendet haben, weil einfach der Druck, der mediale Druck heutzutage vor allem so groß geworden ist, dass Familien bedroht werden, sie selber bedroht werden und man sich in seiner eigenen Haut einfach nicht mehr sicher fühlen kann. Der Druck ist immens und wahrscheinlich provoziert dieser Druck auch Fehler. Es ist auch ein bisschen schwer, sage ich mal als Fan, da nicht in diese Hetzkampagnen mit reingezogen zu werden, weil du schaltest den Fernseher ein, da sind irgendwelche TV-Experten, Sport-Experten, die dann auch die ganze Zeit... Twitter, Facebook, Social Media. Also mittlerweile Social Media. Wir sind voll zugemüllt von diesen Hasskampagnen. Es ist auch ein bisschen schwer, da nicht rein zu verfallen. Nichtsdestotrotz ist es jetzt passiert, sage ich mal. Der erste größere Vorfall ist passiert und das sollte jetzt wirklich als Weckruf dienen. Und hier sollte man die Linie ziehen. Und ich hoffe einfach, dass man aus dieser Sache lernt und es in Zukunft besser macht, weil wenn man aus diesen Fehlern nicht lernt, dann ist das hier völlig umsonst passiert heute. Es ist schade, aber es ist irgendwo auch menschlich. Es muss immer erst mal etwas passieren, bis die Leute anfangen, etwas zu begreifen. Und das Traurige ist, und davon gehe ich jetzt auch aus, dass jetzt wahrscheinlich noch diese Saison die Gemüter etwas beruhigter sein werden. Aber früher oder später wird das auch wieder vergessen sein. So sind wir Menschen, so sind wir Menschen in der heutigen Zeit vor allem. Social Media, man vergisst alles sehr, sehr schnell. Es ist sehr, sehr schnelllebig geworden. Und deswegen können wir auch mal kurz darüber reden, was diese schreckliche Tat für Konsequenzen haben wird. Die Liga wird jetzt auf unbestimmte Zeit erstmal pausiert. Man geht aber davon aus, dass es maximal sieben Tage sein werden, weil man hat keine richtige Winterpause mehr. Die EM steht vor der Tür. Generell, der Spielplan ist so vollgetaktet. Sehr, sehr eng, ja. Auch jetzt mit den Europaspielen. Es findet ein Supercup-Finale am 29. Dezember in Saudi-Arabien statt. Stand jetzt. Stand jetzt. Fünf Tage davor war auch noch das große Derby. Fenerbahce gegen Galaz-Rei angesetzt. Und ich gehe auch davon aus, dass dieses Derby auch am 24. Dezember stattfinden wird. Beispielsweise, ich habe jetzt auch mit zwei Freunden Flugtickets geholt. Wir fliegen nach Istanbul, um dieses Derby anzuschauen zu können. Also mich trifft es irgendwie jetzt doppelt, weil ich diese Flugtickets gekauft habe, mit der Unwissenheit, ob dieses Derby überhaupt stattfinden wird. Es herrscht wirklich sehr große Kaufzeit. Aber, also wenn wir uns das mal rational und logisch anschauen, Wann soll das Nachholspiel denn stattfinden? Genau. Und es ist ja nicht nur ein Spiel. Es ist der ganze Spieltag, der nachgeholt werden müsste. Und eventuell auch mehrere Spieltage. Fakt ist, der Spieltag jetzt hier am Wochenende, der wird nicht stattfinden. Die ganzen Schiedsrichter streiken jetzt für eine Woche. Minimum eine Woche. Deswegen, die Woche können wir jetzt vergessen. Ich denke mal, und das wäre jetzt im besten Falle für die Liga, findet der Liga-Betrieb nächste Woche, Mittwoch glaube ich, wieder statt. Das ist nämlich die englische Woche. Und die Tage darauf ist dann schon eben das Istamu-Derby-Faner gegen Gala. Ich glaube, was eindeutig ist, werden wir erst ein paar Tage erfahren. Mehmet Übük-Ekschi hat nämlich jetzt bekannt gegeben, dass in ein paar Tagen dann nochmal ein zweites Statement kommen wird. Da wird dann alles verkündet, wie es weiterlaufen wird. Wir werden das Thema auf jeden Fall weiter verfolgen und behandeln. Was auch noch reingeflattert ist, Emre Belli-Solo, Trainer von Ankara, ist zurückgetreten. Ist für ihn jetzt schon maximal unglücklich. Ist jetzt seine zweite, sein zweites Traineramt. Ist das aber schon offiziell? Also, es sieht danach aus, aber... Es wird stark danach spekuliert und es macht auch Sinn. Es macht auch Sinn, weil ich kann mich da in seine Lage hineinversetzen. Wenn das mein Präsident ist, hätte ich auch ihn geschmissen. Schade, dass dieses ekelhafte Ereignis, dieses hässliche Ereignis, das schöne, große Ereignis in Schatten stellt. Galat 3 hat ein ganz, ganz wichtiges Ausschussspiel in Kopenhagen, in der Champions League, ums Weiterkommen ins Achtelfinale. Um 21 Uhr. Um 21 Uhr. Wir werden hier heute um 20.30 Uhr wieder live sein. Wir fokussend auf dieses wichtige Spiel lenken und danach, im Anschluss, haben wir auch genug Zeit und werden peu a peu immer wieder berichten, wenn neue Fakten eintreten werden. Ja, also auch die Galat-Spieler, der Galat-Trainer, haben jetzt vielleicht ein bisschen den Fokus verloren wegen dieser Sache hier und sind nicht mehr zu 100% fokussiert auf so ein wichtiges Spiel. Aber ja, müssen wir mal schauen. 20.30 Uhr sind wir live, Watch Party. Schaut das Spiel gerne mit uns an. Und ja, lasst einen Kommentar da, was ihr von der Sache haltet, ist uns wahrscheinlich klar. Aber ihr könnt ja mal vorschlagen, wie es weitergehen soll und was wahrscheinlich sogar langfristig passieren soll, damit solche Ereignisse nicht mehr eintreten und damit allgemein dieser Hass, sag ich jetzt schon mal, oder diese Hetze gegen die Schiedsrichter endlich mal ein Ende findet. Weil, was wollen wir denn? Wir wollen schönen Fußball haben. Wir wollen auch keine allzu krassen Fehlentscheidungen mehr sehen von den Schiedsrichtern. Aber auf der anderen Seite dürfen wir niemals vergessen, Freunde, dass diese Schiedsrichter auch nur Menschen sind. Hört auf mit der Hetze. Reflektiert ein bisschen selbst. Seid nicht Teil dieser Hetzkampagnen. Und ja, in diesem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf. Wir sehen uns um 20.30 Uhr live. Geiler Watch Party. Ciao.